Leica Q Bettbunkel machen Danke, passt schon, passt, gut Mach mal ein Foto Ich möchte mal gucken Autofokus, das hat Autofokus Ich bin nicht gewöhnt bei der Leica Christian wartet schon ganz Nachdem ich die M testen durfte, musste ich die einmal bei die Hand nehmen Sogar alles Auto hat die, ne? Ja, das ist ein viel leiseres Auslösegeräusch Was ist das bei der M, gell? Das ist doch richtig Die M die hat so Du hörst nur den Film hier transportiert Das wird toll Und wir wussten das Rücken Wie man die Sprecherkarte legt Geh mal ein bisschen Ja, aus Das ist total geil, wenn du siehst eigentlich im Suchhaus Oh mein Gott, macht die schöne Bilder Warte, warte Du siehst eigentlich, guck mal, du siehst den ganzen Rahmen und dann macht es aber nur in dem kleinen Rahmen ein Foto Wolltest du auch nochmal in die Hand nehmen? Wolltest du die auch nochmal in die Hand nehmen? Nö, aber mach du mal noch ein bisschen Ich mag dich gerade auf den Zeig mir mal, dass wir das haben Ich will das haben Komm mal aufs Bild Was? Ja Was ist denn? Ich will ein Bild davon machen? Nein Wo ist denn? Ja Ja Dauer Dann gehörst du doch Savage Oder du musst mit nach Japan Okay Ich renne raus, ihr haltet ihn auch Mach doch doch mal ein Foto Jetzt was Schönes Hallo Schön wir fahren in den Gesicht Ja Ja Ich finde es immer noch Ich finde es immer noch komisch, dass man durch den Bildschirm guckt Ja Du guckst natürlich jetzt noch gucken Ja Weil das ist ja sobald du einen Bildschirm hast, guckst du halt auf den Bildschirm Schau mal Kann ich da jetzt auch? Weiß ich nicht, mach doch Was war das? Ja Sehr schön Ja Ja Vielen Dank für's Zuschauen.